Musik 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 So, hi Ja Es gibt ein neues Video von mir Servus Es wird schon Lustig So, hi Und willkommen zu einem neuen Video Wir machen heute Sushi Wir haben einmal diese Nuri Mann Wir machen Sushi Wir haben einmal diese Nuri Blätter Die man die genau nennt, weil sich verandert So wirklich Dann Sushi Reis Da gucken wir nachher gleich Oder haben schon nach oben ein bisschen geguckt Aber ein bisschen natürlich drauf Wie man den genau macht Weil Letztes Mal hat es nicht funktioniert Ähm Dann Ach so Dann haben wir noch so ein So ein Sushi Rollending da Und Lachs Wir haben Ich glaube nicht zu viel Aber mal gucken Das sind natürlich noch Städtchen Ja Wir schauen jetzt einfach mal Wir fangen jetzt mal an Und dann Zeigen wir euch immer mal wieder Wenn irgendwas passiert Das ist tatsächlich Saulustig Weil wir keine Ahnung Wie es geht Wir haben jetzt Die Fünf Minuten auf Halbe Temperatur ziehen lassen Und Ich habe es jetzt Komplett hochgestellt Und jetzt müssen wir halt Schauen Bis es hier Theoretisch immer einen passenden Topf hat Bis es halt alles halt rausdampft Ich muss jetzt halt gucken Ich habe hier Exhaus und Loch Bis es da halt rausdampft Und dann direkt wieder ausstellen Genau Und dann geht es dann noch weiter So Der Reis ist jetzt eigentlich ziemlich weich Und Ja Wir mussten jetzt nochmal 10 Minuten länger köcheln Also Bitte Macht es nicht so nach Wie ich es gesagt habe So ein scheiß Rezept Jetzt ist er aber einigermaßen weich Und jetzt mal Macht Emil ja gerade so diese Nori Blätter Bisschen feucht Das der Reis gut drauf hält Und dann machen wir einfach So ein bisschen Lachs Ähm Hier haben wir schon Streifen geschnitten Rein Und rollen zusammen Und dann So Äh Leute Wir rollen jetzt die Sushi Rollen Nice Ähm Ähm Ich hoffe das ist jetzt nicht allzu schlimm Mit der Qualität Aber mein Akku Schlägt gerne an der Kamera Und deswegen konnte ich jetzt hier Mit meiner Kamera filmen Aber ich wollte es jetzt einfach noch kurz fertig machen Wenn wir das jetzt noch rollen Dass man das noch sieht Ich hoffe das es gut wird Oh ja Zeig mir das Ja Nice Unsere erste Sushi Rolle Ja Okay Ja ich schneide jetzt am besten Ja ich schneide jetzt am besten Ja ich schneide jetzt am besten Ich zeige euch nochmal nachher kurz in der Aufnahme Wie es aussieht Aber Es dauert jetzt erstmal ein bisschen Dass wir die alle Gerolle drum geschnitten haben Vor allem weil das Messer unscharf ist Also ihr könnt gerne auch Video-Ideen in die Kommentare schreiben, mit Emil, weil der hat natürlich voll Bock mit mir lustige Videos zu drehen. Ebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass Emil mit den Videos dreht. Also wenn ihr mehr Videos mit Emil wollt, Daumen nach oben! Was sagst du dazu? Genau. Ich meine, du musst ein bisschen mehr Stimmung hier machen! Zeitraffer! Nachdem ich, ich als Sushi-Meister... Die sieht voll wederlich aus! Das ist so eine Kackwoch! Die ist das hier alle gestaltet haben! No joke! Ja, ich schneide, du machst schon wieder? Ja, nee, du machst, ich schneide! Passt jetzt! Ja, da sucht sowas draus! Egal! Chikichi! What's wrong? Es ist schon gut, dass du YouTube machst und nicht singen willst! Ich liebe Mamma Mia! Ich liebe Mamma Mia! Oh mein Gott, da gibt's alle so eine coole Stelle in Our Last Summer! Summer in the room! Was ist ein Text? Richtig drauf! Fertig! Walking hand in hand! Genau, Walking Dead! Das heißt Walking Dead! Da gibt's eine Szene, das singen Dieter-Fanzer! Oh Mann, ich muss ich das kurz... Ach scheiße, ich fiel mir gerade am Handy! Ich find das dumm! Ja, du bist ziemlich dumm! Ähm, jetzt alle so eine Stelle! Mein Name ist Harry! Walking in a bank! Round in Notre-Dame! I lost something! Nein, stimmt nicht! Oh Mann! Chikichi! Chikichi! What's wrong? Hauptsache, beide Teile gefühlt. Millionen mal rein. Chikichi! Chikichi! Oh mein, das ist Ja! Oh mein, die moisstpreist�ografisch! The man haltsten da kann her! Das ist normal. Wir machen danach so schöne Reis. Denkst du? Wir wollen noch Blätter und noch Lachs haben. Noch Blätter und noch Blätter. Aua! Raff doch. You can cry on. Du hörst den Raff-Raff hier. Was machst du das so komisch? Du sollst uns eine Reihe. Du meinst im Neidischwisch. Ich muss jetzt sagen, dass es eine schlechte Schicht ist. Achte. Cool, dass das auf Kamera ist. Wir stürzen uns jetzt auf diesen ganzen Teil der Sushi. Und dann... Wie lustig wäre das, wenn die jetzt Hunger bekommen hätten? Habt ihr eigentlich Hunger bekommen? Nein. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss sagen, wenn ihr Hunger bekommen habt, liken und darüber nicht vergessen. So machen am besten. Yummy. Wie schmeckt so... Ne, schmeckt echt gut. Und... Leute! Check auf das Video. Ein bisschen im Grunde. Das war gut, glaube ich. Das war gutes Video, das war gut. Bis zum nächsten Mal! Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!